Und da sind wir wieder bei textlastig. Hallo Falk. Hallo Simon. Es ist eine tote city um uns rum und wir müssen unserem guten freund sam helfen zu überleben und wir haben schon wieder vergessen worum es eigentlich ging wir hatten ja eben schon bevor wir aufgenommen haben gesagt dass wir das gefühl hatten wir hätten in richtung wald geschickt aber unser spielstand sagt wir haben ihn in die stadt geschickt ja vermutlich haben wir uns gedacht dass er in der stadt einfach mehr auch potenziell zu essen findet weil im wald einfach ja also sam hat jetzt nicht den eindruck gemacht er sei ein überlebenskünstler sagen wir es mal so ich glaube aber auch er hat mir ist so als hätte er gesagt er hätte nicht mehr viel oder hätte gar nichts oder sowas kann das sein das kann durchaus sein oder auch nicht wer weiß wieso ist das spiel eigentlich auf englisch bei dir haben wir das letzte mal auch auf englisch gespielt ach guck warte mal stimmt warte mal oh jetzt stelle ich das mal um ah jetzt ist es wieder deutsch sehr gut puh ich habe schon einen schock bekommen ist mir gerade sehr aufgefallen das kann ich doch gar nicht lesen aber das ist übrigens sehr falls wir das nicht erwähnt haben wir haben es wahrscheinlich erwähnt finde ich sehr vorbildlich dass es das spiel auf englisch und auf deutsch gibt man kann einfach umschalten das ist schön das freut das textlastig herz so aber machen wir doch mal weiter also der der hat also wir haben ihm als letztes gesagt konzentrier dich mal lieber auf deinen weg alter und dann hat er gesagt ja ja hast schon recht ich schreibe dir später wieder wenn wirklich etwas passiert und jetzt hat er gefragt bist du da genau so und jetzt antworten wir mal was denn nun schon wieder sei oder wir können fragen ob etwas passiert ist zweites oder ja ist okay wir sind wir sind ja freundlich ne ist etwas passiert so wir sind doch nicht rhetorisch oder genau und kommt jetzt hier was oder was hä ist etwas passiert musstest du nicht immer klicken irgendwie oder ja ich klicke ja auch die ganze ich tue mal ne ah mist vielleicht wurde er erschossen ich meine dann kann er natürlich auch nicht mehr jetzt genau in dem moment meinst du hm ist ja textchat wir wissen es ja nicht es war wir konnten nichts hören ach scheiße nicht dass es jetzt irgendwie kaputt ist heute ja wechsel mal das farbschema vom spiel vielleicht hilft es ich mach es nochmal zu und nochmal auf ja klar das hilft ja immer ne aus und an machen klassiker ah jetzt äh jetzt hat er was gesagt okay sehr gut also wir haben gefragt ist etwas passiert so feil nein nicht direkt ich glaube hier ist jemand kurz vor mir gewesen das gras ist richtig eingedrückt ah oh aha okay ah so die spuren führen von der straße direkt in den wald hm 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 von der straße in den wald ja dann ist es ja eigentlich gut warte mal wir können jetzt sagen folge den spuren oder geh lieber weiter jetzt mal wenn der von der straße in den wald geht hm dann ist ja potenziell diese gefahr aus der stadt wo wir hinwollen weg oder zumindest von der straße man weiß ja nicht ob überhaupt eine stadt am ende der straße ist ja nicht wahr nicht ich fände es jetzt das gras ist richtig eingedrückt das ist ein dicker dicker eber nein ich überlege jetzt gerade als folgendes sowas ist gefährlich unsere hoffnung ist dass wir einen coolen kumpel finden so und unser cooler kumpel den stellen wir uns ähm aktiv und noch gesund vor also auf zwei beinen also es wäre jetzt blöd wenn der schon irgendwie angeschossen ist und sich dort lang geschlurft hat so und wir stellen uns nett vor und nett vor und er gibt uns auch von seiner dose bohnen noch was ab so könnte nämlich auch schießen genau das ist nämlich der punkt weil das gras ist richtig eingedrückt und das wirkt auf mich eher so als wäre der hätte sich dort lang gezogen oder so also entweder das ist ein zombie der da lang gekrabbelt ist oder der typ wurde von mir jetzt angeschossen oder so aber auf jeden fall klingt das nicht so als wäre das jemand auf zwei beinen gewesen der noch fit ist und einfach da durchgegangen ist oder in beiden fällen also ob es ein zombie ist der rumschlurft oder ob das ein angeschossener noch nicht zombie ist also bald zombie ist bringt uns das nicht da jetzt was im wald zu gehen oder ne wir können nicht noch einen kranken an der backe haben nachdem das mit dieser anna oder wie die hieß schon genau nachdem wir das mädel da los geworden sind ja ja also wollen wir weiter gehen nee geh lieber weiter ja 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 komm das ist hier zombie kalypse da muss man ein bisschen egoistisch sein so ja wer weiß wohin die spuren führen sagt er mhm ich bin irgendwie froh nicht die straße genommen zu haben hä was wir haben doch gesagt geh lieber weiter ja auf den kommentar hin dass wir sagen geh zur straße also fokussier dich auf die straße ja jetzt sagt er jetzt ist er nicht also er ist froh dann nicht die straße genommen zu haben hä ok ok ja machen wir weiter wer weiß was mir dort wieder fahren wäre hm oder vielleicht ist ein schreibfehler kann auch sein puh mhm also zitiere ich ihn puh ja jetzt nicht dass ich vom sprach äh sprechen so angespannt bin das laufen macht mich ganz schön fertig meine also sportlich ist er nicht ja vor allem als würde das jemand interessieren bei der zombie kalypse äh noch dazu ist es unglaublich heiß hätte mich vorhin in der stadt wohl besser nach einem fahrrad umsehen sollen mhm ach so jetzt ist er schon aus der stadt raus na das ist das wissen wir doch schon oder er war ja schon am waldrand kann mich nicht mehr an die letzte folge erinnern aber okay wir konzentrieren uns auf die zukunft was denkst du denn wo da plötzlich ein wald herkommt okay es könnte natürlich irgendwie ein park sein aber da sagt man ja park und nicht wald naja nee ich hatte irgendwie so bei mir im kopf irgendwie so dass er zwischen wald und stadt ist oder so aber okay ich wie gesagt wir konzentrieren uns auf die zukunft scheiß auf die letzte folge oh gott so moment ich genau diese frage sollte man das ist wirklich also das fühle ich fast schon ein bisschen uncool also das ist ja irgendwie als hätte man keine anderen probleme hier wollen wir wollen wir sagen ja schon oder lieber warum fragst du ich würde sagen warum fragst du oder mhm einfach mal ja vielleicht sagt er tatsächlich warum er so eine bekloppte frage hat während eine milliarde zombies hinter ihm herrennen haha sei doch nicht gleich so misstrauisch hä wir sind nicht misstrauisch ich glaube der hat seine tablette nicht genommen ich wollte nur ein wenig konversation führen okay der soll laufen der johnny mein bruder mein großer bruder curry curry ja das ist der äh ich glaube der äh in indien ähm ja kleiner spaß äh hat versucht mir das radfahren beizubringen als ich noch ein kind war mhm und hat's wieso hat wollte ich gerade sagen da hat versucht also dann hätte ihm ja das fahrrad gar nichts gebracht wenn er jetzt eins gefunden hätte scheinbar beim ersten versuch bin ich nach ein paar metern einfach umgekippt das hat ihm einen ganz schönen schrecken eingejagt dachte wohl ich bin tot als er mich da liegen sah also das muss aber ein krasser sturz gewesen sein wie hoch war denn das fahrrad das war so ein altes hochrad weißt du aber tatsächlich diese alten hochräder wenn du da mal umfällst also da fällst du hoch ich glaube aber fast dass äh ich glaube dein fuß ist gar nicht so hoch gewesen dann im oder also nicht viel höher glaube ich naja ich meine dafür streckst du ja die beine extrem weit nach unten naja ja machen wir weiter wir lachen heute noch darüber habe ich dir erzählt dass er beim militär war also ist der bruder jetzt bei ihm weil wir lachen heute noch also heute also jetzt stimmt also in diesem moment lachen sie noch darüber gut vielleicht hat er ja irgendwie die asche von seinem bruder dabei dann kann er mit ihm immer noch lachen er lacht halt ein bisschen leiser oh Gott Falk du bist ja wieder auf Hochtouren heute ja ich hatte Wasser getrunken ähm okay also wir können sagen das hast du wohl ausgelassen und äh war er denn auch im Bunker das finde ich eine sehr gute Frage ja genau wir fragen ob er im Bunker war das würde mich jetzt wirklich interessieren ja mal sehen nein war er nicht ihn schien dort auch niemand zu kennen obwohl er mittlerweile ein ziemlich hohes Tier beim Militär ist 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 nicht wahr ich habe ihn auf jeden Fall schon sehr lange nicht mehr gesehen hoffentlich geht es ihm gut also dann will ich dich mal nicht weiter nerven ich habe das Gefühl dass dass diese Fragen also vorher ja nicht aber das so ein bisschen also sie wollten dir halt irgendwie beibringen dass er einen Bruder hat und dass der halt beim Militär ist und du kannst es halt nicht schlecht irgendwie sagen Dialog schreiben so ja übrigens ich habe einen Bruder aber der ist beim Militär und deswegen diese Frage so als ne als Einleitung irgendwie ja ich glaube da gibt es einen Fachbegriff für im Schreibjargon dass man so diese sekundären Informationen diese Hintergrundinformationen ähm so ein bisschen ja passiv mit beigibt und nicht so auf das Auge drückt das erscheint mir jetzt gerade ein bisschen so okay okay aber er will uns nicht weiter nerven und bis später okay also er hat jetzt kein also ja jetzt ist er weg ja hat uns kurz das gesteckt mit seinem vielleicht wollte auch nur angeben irgendwie ja so ein hohes Tier beim Militär aber es ist schon natürlich eine Information die könnte noch nützlich sein also das stimmt ich meine von Militär haben wir bis jetzt noch nichts gehört äh doch oder hieß es nicht dass der Bunker ähm ah stimmt ja ja sorry natürlich von denen beschützt oder irgendwie von denen sogar ist mhm ja aber okay ja das stimmt ja also zumindest rennen jetzt hier draußen nicht die ganze Zeit irgendwelche Militärs rum und haben alles abgeriegelt aber das scheint ja sowieso diese der Ausbruch dieser äh Katastrophe scheint ja auch ein bisschen länger her zu sein na gut also normal ja 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 irgendwie ich bin ein bisschen so persönlich fühle ich mich unterinformiert über diese Welt auch vom von von Sam irgendwie also ich meine er ist ja erstaunt dass bei uns scheinbar alles in Ordnung ist und wir sind erstaunt dass es bei ihm halt genau das Gegenteil ist aber so geklärt haben wir es untereinander noch nicht also weißt du er könnte ja mal sagen wo er da ist und wir könnten auch preisgeben wo wir sind ja gut das ist natürlich also ja es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig man könnte es vielleicht so machen dass du wirklich wir chatten über ein Smartphone offensichtlich also ne ne ich meine ich meine ähm man könnte es ja vielleicht so machen dass man wirklich äh das Land eingibt in dem man ist oder oder eins wählt und dann anhand dieser Informationen dass wir gesagt haben wir sind jetzt zum Beispiel in Europa oder so könnten sie dann automatisiert sagen ja gut bei mir ist hier gerade hier in Amerika oder so einfach um klarzustellen dass dass er denn nicht sagt ja du in Deutschland ist gerade die Katastrophe ausgebrochen und wir sind hier in Deutschland und denken so nö ach so meinst du dass äh okay dass wir im Sinne von der Spieler tatsächlich auch äh sein echtes Land ja okay das wäre natürlich ganz immersiv ne ja und dann eben könnte man weiß ich nicht so random mäßig ein Nachbarland oder sowas auswählen mhm ja naja gut gucken wir mal weiter also er ist jetzt 40 Minuten weg gewesen und äh mal gucken kleine Planänderung sagt er er hat eine kleine Planänderung da sind wir mal gespannt ich bin auf eine Farm gestoßen mhm sehr gut okay da jetzt jetzt wird es richtig gut äh was für eine Farm können wir fragen oder Planänderungen sind nie gut ey komm die Farm ist ist schon interessant ist schon geil das ist schon da müssen wir schon mal hingucken also was für eine Farm mhm mal gucken er sagt naja mit Maisfeld und Scheune du weißt schon eine Farm eben mhm also Maisfeld das spricht schon mal nicht für Deutschland glaube ich ne oder genaueres kann ich dir noch nicht sagen bin noch etwas zu weit weg mhm ey komm dann gehen wir auf was geh nicht dorthin oder warum interessierst du dich so plötzlich dafür hä jetzt verstehe ich zum ersten Mal uns nicht das stimmt weil sie halt da ist könnte man ganz einfach sagen ich meine das ist doch das ist doch super potenziell gibt es da Essen es ist ein großes Feld das kann man gut überblicken wenn jemand dort ist also jemand der noch lebt sind es nicht zu viele wahrscheinlich also auf einer Farm ne also also eine Farm das ist super unser alter Ego ist scheinbar kein PUBG Spieler das ist ein Lab okay also warum interessierst du dich so plötzlich dafür würde ich sagen was ne achso doch stimmt ich hab nicht überlesen ja ja okay alles klar es ist zwar jetzt eine doofe Antwort die wir geben müssen aber ich wollte dich eigentlich nicht beunruhigen aber ich konnte der Straße nicht weiter folgen okay wir hätten nicht gemerkt wenn du nicht mehr da gewesen wärst oder naja da waren etliche der Toten wirklich richtig viele so viele dass es nicht möglich gewesen wäre einen absehbaren Umweg drum herum zu gehen okay valider Punkt und ich will es unbedingt vermeiden mitten in der Nacht planlos draußen herum zu stolpern ja das ist ja plötzlich richtig gut du ich glaube jemand andere ich glaube jemand hat Sam getötet und jemand anderes schreibt gerade mit uns ja ich glaube da wo das Spiel abgestürzt ist da das ist ja das ist ja hallo neue Person okay jetzt können wir sagen ich verstehe oder sei vorsichtig komm wir sagen mal sei vorsichtig oder wir meinen es gut ja ich verstehe wäre zu 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 negativ ja okay also natürlich in circa fünf Minuten bin ich nah genug um dir genaueres zu sagen super toller Typ also ehrlich ich meine guck mal jetzt press dich langsam ran meldet sich dann gleich nochmal das ist doch genauso wünschen wir uns das doch die ganze Zeit wie ausgetauscht ist der plötzlich ich bin noch nicht sicher das ist bestimmt ein anderer ich glaube das ist wie in so einem Rollenspiel wo man Erfahrungspunkte sammelt und ab einer gewissen Anzahl steigt man ein neues Level auf und darf sich eine neue Fähigkeit aussuchen und er ist gerade ein Level aufgestiegen das stimmt okay Perception plus eins oder sowas ja wird schon alles gut gehen ja und das auch noch also der der war doch sonst nicht so positiv das ist Smiley aber echt das ist das erste Smiley was er schreibt ich habe ja dich sagt er und dann Smiley hinten dran und dann ein ZwinkerSmiley das zwinkert aber echt das ist das erste ZwinkerSmiley ich sage dir der ist ein Level aufgestiegen und hat jetzt die Fähigkeit dass er Smilies einsetzt darf und ab jetzt geht nur noch ab jetzt geht die Emoji-Hölle los ich sage dir der hat der hat UTF-8 Update bekommen der kann jetzt Emojis schreiben das ist ja das ist ja Wahnsinn Mensch Sam so und er wäre jetzt fünf Minuten genau also überraschenderweise fünf Minuten ist er jetzt erstmal unterwegs was denkst du denn ist er auf der Farm sind da noch Leute so der alte Bauer und die Bäuerin die da so mit sich mit einer Schrotflinte verteidigen oder sowas es muss ja jetzt so rein klimatisch also klimaktisch oder wie sagt man klimatorisch genau müsste ja mal was passieren auf der anderen Seite wie immer es könnte auch zu offensichtlich sein als das was passieren könnte ich habe keine Ahnung ich bin wirklich schlecht ich nehme alles hin ich nehme einfach alles hin also ich sage das sind Leute die überlebt haben zumindest einer irgendwie der noch in der Ecke hockt und irgendwas macht oder so ja okay mal gucken in die Ecke starren zum Beispiel also sagt er ich stehe jetzt direkt vor dem Farmhaus und noch bin ich nicht von einem wütenden Bauern mit wehender Mistgabel vertrieben worden bis jetzt weiß ich aber noch nicht mal ob da drinnen überhaupt noch irgendjemand haust schau durchs Fenster kann man ihm sagen oder klopf an die Tür ja komm wir schauen durchs Fenster auf jeden Fall absolut also rumklopfen und leer machen das ist ja nichts oder genau also schau durchs Fenster und okay warte er braucht fünf Minuten um ans Fenster zu also dreckige Fenster er muss erst mal fünf Minuten dran rumrubbeln oder was okay okay also fünf Minuten vergehen jetzt bevor er sich wieder meldet was jetzt der Fall ist ich glaube ich habe da drin etwas gesehen nicht mehr als einen huschenden Schemen einen huschenden Schemen sagt man das so ja keine Ahnung ob tot oder lebendig ja gut wenn es huschte dann wird es nicht tot sein oder naja aber es gibt doch auch die toten achso stimmt die Zombies sind ja praktischerweise hast du schon wieder vergessen ja ich meinte so ja Zombies sind eine kleine Völkerwanderung gelten als lebende Tote von daher okay aber was schreibt er oh Mist Donner ist das jetzt so ein Ausspruch so Donner sowas wie oh Mist also oh blöd oder ist das jetzt hat es da wirklich gedonnert also weiß nicht ich würde erwarten wenn ich das so lese dass es jetzt Donner ist also im Sinne von Blitz und so es sieht so aus als würde er einen Sturm aufziehen das hat mir gerade noch gefehlt okay noch ein Grund mehr nicht im Freien zu übernachten okay such dir einen anderen Unterschlupf können wir jetzt sagen oder sieh nach ob die Tür verschlossen ist er ist jetzt vor dem Farmhaus und hat drinnen was sagt er nicht mehr als einen huschenden Schemen gesehen also ich würde reingehen ich würde sagen wir gucken ob die verschlossen ist normalerweise würde ich jetzt sagen geh lieber in die Scheune die da sicherlich auch rumsteht also neben dem Farmhaus und guck da weil hier Heu und so und dann kann man vielleicht also im Film ist das immer so da ist da so eine Leiter die geht dann auf so einen Halbdachboden da oben und dann kann man dann die Leiter hochziehen da kommen keine Zombies hoch da kann man schlafen alles cool aber die Option haben wir jetzt nicht trotzdem ja habe ich ich habe die Vermutung dass da drin noch jemand überlebt hat ja glaube ich auch ich glaube sonst wäre vielleicht auch schon irgendwas passiert ich meine Zombies die riechen doch und so nicht wahr wollen die nicht irgendwie immer noch alles lebende Fleisch irgendwie dann wäre da schon lange jemand da die würden sich auch nicht verstecken Zombies guter Punkt guter Punkt außerdem weißt du wenn das ein Hush hinter Schemen war dann ist das doch kein Zombie naja gut das weiß man jetzt nicht aber du weißt doch nicht ob wenn da jemand überlebt hat der freundlich gesinnt ist aber ich denke schon dass da sich irgendwas ergibt einfach weil auf so einer Farm sind ein weniger Männchen das überträgt sich der Virus halt nicht so gut und dann hast du da einfach bessere Chancen glaube ich also wir gucken jetzt mal nach ob die Tür verschlossen ist oder komm schon wer in aller Welt würde inmitten einer Apokalypse seine Tür Punkt 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 vergiss was ich da eben geschrieben habe sie ist nicht verschlossen ach so er wollte sagen dass dass man hä dass man die Tür abschließen würde normalerweise oder was mhm hm okay hm gut das würde tatsächlich aber das stimmt eigentlich wenn da noch jemand wohnen würde 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 sehr wahrscheinlich okay was äh und was jetzt ach meinst du das ist ein Hinweis meinst du das ist ein Hinweis dass wir doch lieber äh hm hm also also hm oh das ist ein guter Punkt shit aber auf der anderen Seite ist es nicht unser Leben was wir da gerade riskieren äh warte mal überleg doch mal kurz ähm Sam ne andersrum ähm da waren also Leute auf jeden Fall ja drin so etwas ist drin jetzt bummern da von mir aus von außen Zombies an die Tür und wollen rein was passiert entweder sie kommen rein oder sie kommen nicht rein und wenn sie reinkommen dann müssen sie die Tür kaputt machen mhm ähm ob die ähm ob die Tür abgeschlossen ist oder nicht ist eigentlich egal weil die Zombies können keine Türklinken benutzen also zumindest kennt man das ja so das heißt dadurch dass er nicht drauf hingewiesen hat dass die Tür irgendwelche Spuren hinter hat oder sowas würde ich trotzdem noch vermuten dass das kein Zombie Problem ist da drin mhm außer da drin wäre also außer ähm der Virus hat sich irgendwie anders verbreitet durch die Luft oder sowas und dann obwohl ne dann wären wir auch schon lange in Zombie ja ne wir kommen wir gehen einfach rein scheiß drauf ja ok komm so ok drei Minuten ist er jetzt unterwegs auch drei Minuten um eine Tür zu machen oh man also das ist jetzt aber wirklich spannend weil ähm also nochmal gesponnen irgendwie ein Vogel kommt und pickt dich an oder was weiß ich was und dadurch wirst du zum Zombie dann kann das natürlich auch sein dass du da drinnen verwandelt wirst und gar nicht reinkommen musstest ne also dass die Verwandlung von innen stattfand und dass dieser Zombie da drinnen jetzt die ganze Zeit durch die Räume läuft und nicht rauskommt weil er nicht weiß wie eine Türklinge funktioniert ja gut der wäre aber schon lange mal durchs Fenster gefallen du hast du kannst dich doch noch an den erinnern der sich in der ersten Folge seinen seinen Kopf immer gegen die Scheibe geschlagen hat stimmt und da ist er auch nicht so richtig weitergekommen naja stimmt gut gucken wir mal ähm ich muss zugeben ganz geheuer ist mir dieses Haus nicht so das ist jetzt der dritte Hinweis ja ich glaube wir sollten gehen da ist jemand da ist jemand scheiße ja gut das wussten wir ja schon er hört Schritte aus oh nein oh ist das spannend 15 Minuten äh ist er jetzt weg klick und hört Schritte alter uuuhu aber aber weißt du eigentlich müsste man anhand der Schritte anhand der Schritte müsste man hören können ob das ein Zombie soll oder nicht mhm weil 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 aber 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 ich gebe zu ich würde ihm erstmal nicht raten zu schreiben wie schreiben darfst du auch nicht vergessen wenn es dunkel ist ist das Display arschhell ach so ja das verrät ihn ja deswegen macht er jetzt auf 15 Minuten nichts oje 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 mhm ja so ok ich will gar nicht weiter drücken das ist muss sein Simon das muss sein ah Mist ok pass auf ok zuallererst es geht mir gut sag ich da ja yes yes die richtige Entscheidung sehr gut ok mal gucken was weiterkommt tut mir wirklich leid wenn dir mein Abgang vorhin Sorgen bereitet hat aber ich dachte wirklich mein letztes Stimmchen hätte geschlagen ja haben wir auch gedacht alter Sam ok was zur Hölle ist passiert oder ich bin nur froh dass es dir gut geht ey wir wir sind verantwortungsvolle Eltern und wir sagen was zur Hölle ist passiert oder ja warum nicht komm in Anbetracht der brechlichen Situation und wie viele Sorgen wir uns gemacht haben um Sammy komm hör zu ich kann leider nicht lange mit dir schreiben wollte nur dass du weißt dass es mir gut geht äh what the fuck hallo erkläre dir dann alles hinterher in circa einer halben Stunde ach komm jetzt hat er einen neuen Freund gefunden oder was und jetzt sind wir plötzlich nicht mehr interessant oder wie wir löschen ihn aus unserem Kontakten aber echt schönes blockieren also das denn jetzt hat er hier einen neuen Buddy oder was eine halbe Stunde das ist ja wie im Film ich kann es dir jetzt nicht erklären doch kannst du halt einfach mal eine Minute an und erzähl es dann können wir uns die nächste Stunde rumgeeiersparen der hat bestimmt kein iPhone 10 wieso kann das was besonderes ne weiß nicht aber hätte er jetzt darauf angespielt dass wir eins haben und sein neuer Freund vielleicht nicht vielleicht noch ein iPhone achso neun ah nee gibt es gar nicht acht gibt es das ich glaube ja ja mittlerweile ist das alles unsicher ja was ist da ja hm okay gucken wir mal wir warten jetzt eine halbe Stunde und gucken mal was er schreibt ah ok so entschuldige nochmal wegen vorhin er ist wieder da ja gut mal gucken aber ich musste mal meinen beiden Gastgebern zuerst einmal erzählen wer ich überhaupt bin und was ich in ihrem Haus zu suchen hatte doch richtig vermutet sind anscheinend keine Zombies ok und wir können jetzt fragen Gastgeber oder erzähl mir was passiert ist ja zweites oder achso ich hätte jetzt noch den Gastgeber oh gut sieht mir aus naja ich weiß nicht also erzähl mir was passiert ist ist irgendwie inklusiv also inklusiv oder Gastgeber ja machen wir erzähl mir was passiert ist naja dass ich nicht erschossen wurde grenzt an ein Wunder du kannst dir sicher vorstellen dass die Besitzer der Farm nicht gerade erfreut waren einen Einbrecher in ihrem Haus zu begrüßen er soll sie die Tür abschließen guter Punkt Falk sehr gut die haben überhaupt kein Anrecht auf irgendwas hier oder sind die in Kanada oder ich weiß nicht ja diese Farm hat tatsächlich zwei Besitzer die noch am Leben sind ha Hank und Louise ein älteres Paar na was hab ich gesagt oh da ist das bei alten Leuten da ist das Aim mit der Schrotflinte nicht so nicht so gut deswegen haben sie eine Schrotflinte damit sie halt doch trotzdem noch treffen das ist ein valider Punkt ja ich habe den beiden beiden meine Situation erklärt zuerst waren sie natürlich skeptisch haben mir dann aber tatsächlich erlaubt die Nacht in ihren Gästezimmer zu verbringen oh Gott wir müssen gucken dass du uns nicht aufessen das sind bestimmt Männchenfresser hm ok ok und das können wir sagen ich weiß nicht so recht oder das klingt toll aber ich würde sagen ey sorry wir gehen da jetzt nicht raus in den Sturm oder ja ja also wir sagen das klingt toll im Notfall springen wir dann aus der ersten Etage aus dem Fenster wenn die was wollen von uns aber du Falk wir machen gar nichts stimmt wir sagen ihm er soll gefälligst springen und zwar weit und zwar soll er noch einen Bäcker mitnehmen wenn er einen findet damit er den irgendwann später wieder werfen kann so ok das klingt toll sagen wir ist es auch die beiden sind wirklich außerordentlich nett ah wenn die zu freundlich sind in so einer Apokalypse muss man auch ein bisschen vorsichtig sein sogar zum Abendessen haben sie mich eingeladen hm was heißt sogar ich meine hallo du bist ja da irgendwie das können ja auch nicht sagen hey wir gehen jetzt Abendbrot essen bis später ne wahrscheinlich ist es eher das Abendbrot hm das kann natürlich auch sein oh du hast es dir verdient können wir jetzt antworten oder guten Appetit komm du hast es dir verdient oder guck mal der ist schon Level aufgestiegen hat sein erstes Smiley benutzt ja das ist Brofist jetzt gerade er hat sich das verdient ich hätte ich würde nicht mal was schreiben ich würde einfach nur so ein so ein so ein Brofist ähm ähm Emoji schicken ja ne Emoji ist das immer noch nicht da muss er noch ein Level aufsteigen das stimmt das stimmt vielen Dank fühlt sich so an als hätte ich seit Monaten nicht gegessen ach schön Falk guck mal wenn ich zurück äh im Gästezimmer bin melde ich mich wieder bei dir ich denke das wird so in etwa einer Stunde der Fall sein schön sehr gut sag mal was ich mich auch frage wie lang hat dieses Handy noch Strom und hat der ein Aufladekabel dabei ja valider Punkt und wenn funktioniert das Stromnetz noch hat er definitiv scheinbar kein Smartphone ach so definitiv scheinbar hast du das gemerkt was ich gesagt habe definitiv scheinbar das ist so wie ähm ein weißer Schimmel äh oft immer oder was was sagte man früher was ne oft nie oder oder was keine Ahnung ich krieg's nicht zusammen egal weiter ja also ne wir müssen noch 60 Minuten warten bis Sam sich meldet also ich hol die Kippen raus hier warte was was sagst du denn ähm äh was was würdest du denn sagen sind die sind die uns geheuer oder nicht geheuer die beiden da also führen die irgendwas im Schilde wollen die vielleicht weiß ich nicht unsere Sachen klauen oder einen Arm essen oder sowas oder oder sind die einfach wirklich nur nett ich glaube also die Gefahr besteht natürlich aber ich glaube man denkt immer bei so ähm Zombie-Szenarien immer an das schlechteste im Menschen mhm und hat damit ja auch recht ja gut in Filmen natürlich ne in echt ist es ja nun noch nicht passiert merkst du was hier übrigens hier steht ähm in unserer Version dass man jetzt normalerweise eben 60 Minuten und 2 Sekunden ähm warten würde aber davor steht auch noch 0 Stunden also es steht da 0 Stunden 60 Minuten und 2 Sekunden aber eigentlich ist das ja schon eine Stunde und 2 Sekunden das stimmt das ist ja komisch das müsste eigentlich 1H 0M 2S heißen naja gut ähm machen wir mal weiter mit dem Spiel er kommt gerade vom Abendessen yeah und er lebt anscheinend noch und er hat noch beide Arme ähm wissen wir nicht sonst konnte er nicht tippen ach so meinst du stimmt oder ein Arm gut vielleicht Siri auf dem Telefon obwohl wir haben ja gerade gesagt dass er kein Smartphone haben kann ok stimmt das letzte Nokia ähm und falls es dich interessiert es war köstlich mhm was ein Arsch äh komm wir fragen mal ob etwas seltsames vorgefallen ist äh denn die andere Antwort wäre nur dann ist ja alles gut aber ich würde jetzt schon kennen wie es glaube da irgendwas war äh bin da immer noch nicht ganz überzeugt investigativ das ist sehr gut genau naja sie wollten alles mögliche von mir wissen ah so was wie ähm wie ist denn dein dein Fettgehalt von deinem Körper genau wie heißt das dieses ach so äh ne wie heißt das dieses Verhältnis von Fett zu Nichtfett Fettanteil oder heißt das nicht so ja irgendwie sowas oder hast du letzte Zeit was leckeres bist du gut gefüllt genau die Finger Fingerdurchmesser oder wie ist das hier bei ähm in diesen Märchen da wird doch der Fingerdurchmesser oder die Länge ach stimmt oder Gretel Hänsel äh hält da nochmal einen Stock hin ne und dann denkt die Hexe so ah ist da ein bisschen knochig genau äh sie wollten alles mögliche wissen wo ich war wie ich überlebte ich habe sie daraufhin gefragt wieso sie nicht auch vom Militär evakuiert wurden die haben bestimmt gesagt äh wir sind alt genug wir wollen hier nicht weg so zu farben oder so es stellte sich heraus dass sie rein gar nichts von einer Evakuierung wussten oh die haben die Alten einfach zurückgelassen wie gemein ähm wie konnten sie bisher überleben oder ich glaube die beiden lügen ne ne die Frage hm die Frage ja okay na gut wir machen es investigativ wir wollen ja hier keine kann ja sein dass wir recht haben dass sie lügen aber wir erreichen es durch Fragen äh frag mich was leichteres sagt er mhm mhm im Wohnzimmer hängen zwar einige Schrotflinten an der Wand aber ich kann mir nicht vorstellen dass Hank überhaupt noch in der Lage ist eine davon nur in der Hand zu halten kann natürlich auch sein dass die einfach für Zombies nicht mehr attraktiv sind mhm mhm ich sag dir was die locken so junge äh knackige Sams an und wenn dann Zombies kommen werfen die einfach ein Stückchen von Sam raus und essen den Rest selbst so überleben die so überleben die ach so die teilen sich das mit den Zombies meinst du ja genau das ist ja mhm genau ich bin gespannt ob das äh ob die Theorie durchhält aber der schrägste äh das schrägste wird übrigens groß geschrieben habe ich dir noch gar nicht erzählt als wir mitten beim Essen waren da polterte es plötzlich ganz laut mhm mhm als wäre es etwas als wäre etwas sehr schweres umgefallen direkt unter uns aber Hank und Louise taten so als hätten sie rein gar nichts gehört eieieiei also das nehme ich denen jetzt tatsächlich ab weil die sind halt etwas älter und können vielleicht nicht mehr so gut hören so da ist wirklich etwas das ist wirklich seltsam können wir sagen oder du solltest vorsichtig sein ich würde zu zweiten tendieren mhm Dito Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste altdeutsches Sprichwort bin ich natürlich keine Sorge mhm genau famous last words äh ich denke ja genau ich denke aber auch dass wenn wir wenn mir die beiden irgendetwas hätten antun wollen es längst geschehen wäre ja Junge das ist ja genau was die erreichen wollen das ist der Trick ja ja und was sollte da rumpoltern wenn alles in Butter ist denkst du da fällt spontan ein Schrank um oder was die leben bestimmt vom von ihren Enkeln da unten ich naja tatsächlich könnte ich mir vorstellen dass sie da ihren Enkel oder Sohn oder so angekettet haben weil sie einfach ihn nicht umbringen wollen aber er halt ein Zombie ist ja mhm das kann natürlich sein das ist auch nicht schlecht ja darüber hinaus wäre es ein sehr unnünstiger Zeitpunkt zu fliehen einige aus der Herde gegen die wegen der ich überhaupt hier gelandet bin sind der Farm sehr nahe gekommen gut meine Chancen da draußen wären also gerade denkbar schlecht weißt du man muss nicht schneller sein als der Löwe man muss nur schneller sein als der andere Typ der auch noch dabei ist und in dem Fall ist ja Luise und wie der andere nochmal hieß und Hank sind jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr so die sportlichsten von daher ist das wahrscheinlich hat er noch ganz gute Chancen wegzukommen das stimmt können Zombies einfach eigentlich klettern ne ne ähm gute Frage ich glaube ich hab's noch nie gesehen dass sie geklettert haben na gut wir können jetzt sagen klingt so als nächstes du in der Falle oder gut dass du nicht draußen bist mhm naja auf mich richtig gut dass er nicht draußen ist oder also alles andere ist ja jetzt erstmal nur Spekulation ja ok machen wir das mal gut dass du draußen bist diese außerdem Falle stimmt ja nicht er kann ja gehen das wäre bloß doof hat er gesagt stimmt ja naja gut machen wir das mal so und jetzt äh ja mhm ja das denke ich auch irgendwie irgendwie zumindest oh er zweifelt und irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los Hank schon einmal gesehen zu haben mhm mhm was ist das denn jetzt war das der Typ den er schon mal da irgendwo wo die Granate geschnitten den den Wecker geworfen hat oh ist das vielleicht der alte Mann aus dem Gegenhaus oh nein oh nein das dürfen wir dann aber nicht sagen dass wir den Wecker geworfen haben also wir können jetzt sagen das Gefühl habe ich oft bei Fremden oder hast du das vielleicht bereits ne also ja das zweite macht nur Sinn oder ja das macht nur Sinn nein das kann ich mir nicht vorstellen wie auch immer ich sollte jetzt wirklich ein wenig schlafen ähm können wir bitte ihm sagen dass er die Tür abschließen soll ich mache mich morgen einfach so schnell wie möglich auf den Weg und zwei Stunden ist er jetzt weg mhm hä Moment mal ja ne doch ne ich dachte jetzt wäre die Zeitanzeige wieder falsch ne die Zeitanzeige ist korrekt aber also ich meine ich glaube die sieht man ja als normaler Spieler auch gar nicht das ist ja in unserer Spezialversion also die unsere Zuhörer müssen natürlich auch wissen dass ich nur einen Videostream von dir sehe da ist alles nicht so richtig knorkel und groß aber geht schon aber ähm ist interessant ne dass er nur zwei Stunden schläft jetzt aber das ist wahrscheinlich einfach für das Spiel so gemacht ne wenn du jetzt in Echtzeit acht Stunden warten müsstest dann wäre das ja wahrscheinlich ein bisschen langweilig stimmt aber ich die große Frage die Frage ist jetzt wenn wir morgen aufwachen und wir haben die Chance nochmal rumzuschnüffeln in dem Haus machen wir das oder machen wir das nicht ich würde es machen was echt klar du willst in den Keller gehen ja also ich meine wir sagen Sam will in den Keller gehen ich sehe schon du nimmst Sams Leben auf die leichte Schulter naja manchmal muss man was manchmal muss einer sterben für für den Fortschritt mal was anderes was ist eigentlich die leichte Schulter was ist denn eine leichte Schulter bitte und warum ist eine schwer und eine leicht leichte Schulter nehmen das ist interessant wo das herkommt müsste ich keine Ahnung leichte Schulter macht ja überhaupt keinen Sinn na gut machen wir weiter hier Sammy ist jetzt aufgewacht ist er ich habe etwas gehört sagt er siehste das ist nämlich warum das mit der Anzeige wie lange man wartet ein bisschen unfair ist also uns gegenüber natürlich wir machen es freiwillig weil das heißt ja wie gesagt also wir dachten jetzt er schläft nicht also für jemanden der jetzt Schlaf braucht schläft er nicht lange aber natürlich wissen wir das nicht und wenn das früher als man selbst als Spieler erwartet wiederkommt dann kann es natürlich wie es jetzt auch scheinbar ist ein das unterbrochen wurde ne ja wie jetzt genau wie jetzt also er hat etwas gehört sagt er und weiter keine Ahnung was das Geräusch verursacht hat aber es war laut genug um mich zu wecken okay und jetzt können wir sagen vielleicht waren es Hank und Luise oh dann wollen wir aber nicht wissen was das für ein Geräusch war und was die da gerade treiben und das andere ist das gleiche Geräusch wie das beim Abendessen das würde ich mal fragen ne aber er hat ja schon gesagt dass er nicht weiß was das für ein Geräusch sei naja egal stimmt eigentlich ja okay aber er schreibt denke schon aber ich bin mir nicht sicher oh Gott jetzt will der bestimmt runtergehen ja gut ist vor allem nicht Tag das ist doof Hank und Luise sind jedenfalls schon vor Stunden schlafen gegangen oh Gott oh Gott wir gehen da jetzt runter oh nein wir können ihm jetzt anbieten geh und sie nah oder schlaf besser weiter ich will nicht da runter ne schlaf weiter also wir warten bis morgen wir müssen uns ausruhen ja ja definitiv das ist sonst was ist denn plötzlich mit dir los ne das ist Selbstmord ich will ihn ja nicht auf ein Selbstmordkommando schicken ne ne das muss sein wir müssen jetzt ausschlafen bis Tag ist bis Tag ist und dann können wir uns so eine Schrotflille nehmen von der Wand und dann können wir den besuchen dann können wir ihn besuchen sehr gut okay schlaf besser weiter ohne Scheiß ansonsten ist das Spiel gleich zu Ende das spüre ich oder wir schlafen und er beißt uns einer während wir schlafen ja gut aber dann haben wir es auch nicht anders verdient also okay wir haben gesagt schlaf besser weiter okay war vielleicht einfach nur der Wind das hätte ich mir jetzt auch eingeredet genau der Wind im Keller außerdem würde ich von Henk und Luis ungern dabei erwischt werden wie ich mitten in der Nacht durch ihr Haus schleiche guter Punkt vor allem da mich die beiden so gastfreundlich aufgenommen haben ja ist jetzt okay geh schlafen okay er geht wieder schlafen boah man der macht Sachen hier aber nee ich hätte jetzt nicht in den Keller gewollt nee siehst du nee wir haben echt besseres zu tun okay übrigens die Zeitanzeige ist wirklich ein bisschen witzig jetzt genau jetzt sind es 80 Minuten und 4 Sekunden okay also wollen wir wollen wir mal also er wacht wieder auf ich befinde mich was also schlaf gut hat er noch geschrieben dann ja und jetzt schreibt er ich befinde mich im Wandschrank im Haus sind überall Tote ist das vielleicht eine Metapher und wir verstehen die nicht wir werden uns vielleicht sagen dass er sehr gut geschlafen hat und die Luise ihm gerade Früchtlinge ins Bett gebracht hat ist das vielleicht eine Metapher dafür ist wirklich ein bisschen komisch okay jetzt klick weiter ich will wissen worum es geht hör zu Worte waren wirklich noch nie meine Stärke aber ich wollte dir unbedingt noch etwas sagen bevor es zu Ende geht scheiß jetzt jetzt sei doch mal nicht so negativ Sam Mensch jetzt klick ich habe ich habe dir mein Leben zu verdanken jetzt jetzt schreibt das schön ab das soll mal einen Motivationskurs gehen was ist denn hier los nur durch dich habe ich es soweit geschafft jetzt hör auf rumzutexten und ich danke dir dafür ja sie sind jetzt im Zimmer ja dann dann macht das Licht vom Handy aus Depp wieso er ist so im Schrank danke für alles ja aber bitte vergiss mich nicht ja ich kann ihn jetzt mal nicht übertreiben also so wichtig oh oh jetzt wackelt alles oh Verbindung verloren oh nein shit wir haben das verpasst also das hat jetzt so ein bisschen gewackelt das Handy also dann kannst jetzt den Chat mit ihm archivieren oh huiuiui ähm macht man das nicht in WhatsApp kleiner Spaß ja äh doof ne hätten wir vielleicht doch gucken sollen ja ich weiß nicht aber du das Leben ist fragil so ist es nun mal ach Sam wir wollten dich doch ach jetzt bin ich ja ein bisschen traurig dass er gut andererseits wir wissen ja also ich meine er hat jetzt vielleicht immer noch das Handy fallen lassen ne also wir wissen nicht ob Sam jetzt wirklich tot stimmt vielleicht vielleicht wollten die vielleicht wollten die weißt du was die da gibt es doch keinen Zombie Apokalypse die wollten einfach nur sein Handy haben das sind einfach normale Leute die wollten einfach genau das ist noch so ein altes Nokia gewesen bei dem die Batterie so lange hält ja genau ach hm ja was was machen wir denn ähm wir machen das was auf dem Bildschirm steht also wollen wir noch mal äh weitermachen na vielleicht nicht heute war weil ähm heute ist ja schon alle Tage Abend oder wie sagt man okay aber aber du sagst wir wir machen weiter wir hören jetzt nicht einfach auf äh sondern beim nächsten Mal spielen wir dann weiter mit ähm mit ja hoffentlich dann wie es weiter geht naja also wir können ja mal vorlesen für die Zuhörer also es steht da berühre den Bildschirm um den letzten Speicherpunkt um zum letzten Speicherpunkt zuzukehren also ich je nachdem wie weit der weg ist würde ich einfach sagen das wird noch mal eine Folge oder so vielleicht noch eine zweite ich weiß nicht wo er jetzt gespeichert hat einfach ähm nochmal eine alternative Entscheidung treffen und mal gucken wie weit wird dann noch kommen okay also ich hab's mal ausprobiert man kann hier wirklich drauf klicken und das hat auch funktioniert mit dem Laden das heißt wir können das nächste Mal auch weiterspielen ja gut dann machen wir das doch einfach sehr schön ja ähm ich seh grad ich seh grad warte mal wollen wir noch verraten allen Zuhörern nö wo wir jetzt sind ne machen wir nicht machen wir nicht es hat funktioniert mit dem mit dem mit dem Safe Game das ist ja das Wichtigste und ähm ja also das das war jetzt glaube ich das erste Mal dass es schon zweimal so richtig spannend wurde und er hat ein Smiley benutzt hallo das stimmt jetzt geht's durch die Decke mit dem Sam und er wurde schade und er wurde emotional auch wenn es kurz vor dem Tod war trotzdem ach Sam das erkenne ich an Sam er hätte vielleicht die Zeit nutzen sollen aus dem Fenster zu springen oder so aber er hat die Zeit genutzt um uns nochmal zu schreiben und er hört ja auch nur auf uns also hätten wir zwischendrin geschrieben hey Johnny lass es gut sein und spring aus dem Schrank raus ja aber wir wollten unbedingt wissen was er noch schreiben wollte stimmt wir hätten ihn retten können ach wenn ich Sam naja scheiß drauf naja gut äh ja alles da sehr schön dann würde ich sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören liebe liebe textlastig Genossen und Genossinnen und wir hören uns das nächste Mal Falk nicht so sieht es aus zum zum Semitreff okay dann ciao ciao wau wau ombi ombi weg mit dem Zombie tschüss eieieiei macht es gut Leute tschau ich kümmere mich jetzt um Simon tschüss 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 tschüss